ja hallo leute frische aus meinem urlaub zurück geht's jetzt ab in die neue woche frische content und am mittwoch um 19 uhr beglückte ich euch mit einem weiteren teil von batman the dark knight 3 freitag 19 uhr da hau ich auch bei static speaks my name die wohnung eines ziemlich kranken mannes um die ohren und schließlich am sonntag um 19 uhr gucken wir durch das loch in die heimischen blick von ihm hier unter zuiko und damit kann ich nur sagen viel spaß bei der komiker